Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt von der Chelsea Flower Show. Im Hintergrund sieht man den australischen Gewinnergarten der diesjährigen Chelsea Flower Show in Vordergrund an die Installation, die von der RAHS, von der Royal Articulture Society, in Auftrag gegeben worden ist. Die meisten Leute da hinten stehen an für den australischen Garten und verschwenden nicht mal so viel Zeit für diese Installation, was man ihnen nicht ganz verdenken kann, denn sie ist relativ einfach. Sie soll sozusagen die 100 Jahre Chelsea zeigen. Dafür sind dann in den verschiedensten Farben, Karetten, Schubkarren aufgestellt worden. Dies ist funktional. Zu vorderst eine goldene, dann eine silberne und dann bronzene. Das will dann vielleicht ein bisschen symbolisieren die Art und Weise, wie hier Gärten prämiert werden mit Goldmedaillen, mit Silbermedaillen und mit Bronzemedaillen. Dennoch gefällt den Leuten natürlich dieser australische Garten im Hintergrund besser als diese goldensilbrige und bronzefarbene Installation. Aber es hat natürlich auch ein bisschen was mit den englischen Garten zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.